Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deiner Legung zum Thema Liebe und Beziehungen. Als erstes ziehen wir jetzt eine Karte mit den Romance Angels von Doreen Virtue. Da schauen wir mal, was bei dir gerade los ist und ich weiß natürlich, die meisten sind hier, wenn sie in die Liebes- und Beziehungslegungen reinschauen, interessiert an einer romantischen Beziehung. Egal, ob ihr gerade in einer Verbindung seid oder nicht, hier geht es, ich würde mal sagen, zu 75 Prozent, 70 Prozent für die meisten von euch also, um eine romantische Verbindung in deinem Leben. So, dann lassen wir es mal schauen. Die Steinböcke, für all diejenigen, die den Steinbock im Sonnenzeichen, Mond, Ascendenten oder der Venus haben, haben wir die Botschaft Love Yourself First, Liebe dich also zuerst. Yourself-Respect makes you more romantically attractive. Wenn du dich selber respektierst, wirst du dadurch mehr auf romantischer Ebene attraktiv. Einmal eine sehr wichtige Botschaft. Dann lassen wir es mal schauen, was sich hier so zeigt. Ich hatte jetzt, ja, lassen wir es mal schauen. Okay, welche Botschaften dürfen jetzt zum Thema Liebe und Beziehungen zu den Steinböcken ziehen? Hier schon das erste Thema, was sehr natürlich stark ist und was den Fokus wieder auf dich richtet. Da kriege ich das Stopp rein. Okay, in der Vergangenheit sehen wir die Vier der Stäbe, die Neun der Münzen umgedreht und den Ritter der Kirche umgedreht. Im Hier und Jetzt haben wir den Magier umgedreht, König der Schwerter und den König der Münzen. Beide aufrecht. In der nahen Zukunft die Kraft, der Bube, der Stäbe und auch noch der Wagen. Verdeckte Einflüsse sind die 6 der Kirche umgedreht und die Karten schiebe ich mal ein bisschen nach oben. Und wir klären noch ein paar Karten hier ebenfalls mit dem Lennarmond. Lass uns mal schauen. Okay, die Sache ist die, du hast gerade den König der Schwerter, um den sich ja alles dreht. Zum einen kann der König der Schwerter sein, dass aktuell in einer Verbindung, für die du gerade schaust, dass die Energie ein bisschen unterkühlt ist. Sprich, emotionale Distanz könnte hier eine Rolle spielen, jemand der Grenzen zieht oder ganz klare Ansagen macht. Gerade mit der Schwertenergie haben wir nicht wirklich ein Vielleicht. Denn mit der Schwertenergie gibt es hier gefühlt ein klares Ja oder ein klares Nein. Jemand, der ganz klar kommuniziert, klare Ansagen macht oder aber eben emotional distanziert ist. Ob das jetzt du bist oder die andere Person. Das ist aber erstmal die Energie, die wir hier haben. Gleichzeitig sagt der König der Schwerter. Der König der Schwerter ist sehr, man muss dazu sagen, in Beziehungsangelegenheiten finde ich den König der Schwerter immer ein bisschen schwierig, weil man sich natürlich in Beziehungen immer Liebe und Kelche und Harmonie wünscht. Nun, mit dem König der Schwerter geht es eher um gerade heraus kommunizieren, Wahrheit sprechen, Wahrheit leben, authentisch sein. Und das scheint hier aktuell ein ganz, ganz großes Thema zu sein. Was ich aber auch für dich reinkriege ist, ich kriege das schon wieder rein, diese Thematik von Grenzen ziehen, Nein sagen oder eine ganz klare Ansage machen. Und vielleicht bist du das, die jetzt oder der jetzt eine klare Ansage macht. Lass uns mal schauen, was wir hier in der Vergangenheit haben. Erstmal mit den vier der Stäben in der Vergangenheit sehen wir, dass es erstmal einen Grund zum Feuern gab. Für den einen oder anderen kann das eine Firmenfeuer gewesen sein, eine Hochzeit, ein Geburtstag, irgendeine vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes Feier, die hier in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Wenn es keine Feier im ganz klassischen Sinne ist, gab es hier aber etwas, was dir sehr viel Freude bereitet hat. Es könnten auch soziale Kontakte sein, die hier liegen, also vielleicht spielt dein Freundeskreis hier in der Situation eine Rolle. Oder es gab eine Zeit oder eine Situation, vielleicht einen ganz speziellen Tag, den du sehr genossen hast, der dir sehr viel Freude bereitet hat. Wir sehen dann aber die Neun der Kirche, die Neun der Stieb, sorry, Neun der Münzen, Ding Dong, Neun der Münzen und auch noch den Ritter der Kirche umgedreht. Die Sache ist die, der Ritter der Kirche umgedreht, gehen wir da mal zuerst drauf ein. Der Ritter der Kirche ist natürlich toll, insofern, weil es eine sehr romantische Energie ist. Man folgt seinem Herzen, man folgt seiner Intuition. Das ist alles sehr, man ist im Flow, weißt du? Aber die Sache ist die, wenn der umgedreht ist, dann kann es sein, dass es hier irgendwas gab, wo jemand nicht seinem Herzen gefolgt ist und nicht seiner Intuition gefolgt ist. Das kam aber gefühlt nach diesen vier der Münzen, vier der Stäben. Also vielleicht gab es hier ein Zusammentreffen, was sehr freudig war, wo es einen Grund zum Feiern gab. Vielleicht auch nach Feier, aber mit dem Ritter der Kirche kann es sein, dass jemand hier nicht seinem Herzen folgen konnte. Was es auch bedeuten kann, ist, dass der Ritter der Kirche umgedreht tatsächlich sehr realitätsfern ist. Das wäre sozusagen jemand, der sehr romantisch ist und sagt, oh mein Gott, du bist mein Twin Flame, du bist mein Seelenpartner, meine Dualseele. Was auch immer es dafür ganze Begriffe mittlerweile gibt, die da geformt wurden und was aber nicht geankert ist in der Realität. Das heißt, jemand könnte hier sehr überromantisch gewesen sein, aber es kann sein, dass diese Ansagen, sage ich mal, die da gemacht wurden, ins Leere geführt haben auf gewisse Art und Weise oder einfach sehr realitätsfern waren. Auch weil wir die Neuen der Münzen hier haben und die Neuen der Münzen ist eine tolle Energie von unabhängig sein. Umgedreht könnte es aber sein, dass es hier eine gewisse Abhängigkeit gab, vielleicht gab es finanzielle Abhängigkeiten. Und was ich aber eher noch signifikant hier finde, ist, dass wir, einen Moment, oh mein Gott, Entschuldigung, dass wir hier tatsächlich auch die Münzen umgedreht haben. Und das sagt mir nochmal, das verdeutlicht mir nochmal, dass hier irgendwas nicht geerdet war. Irgendwas war hier nicht sehr stabil. Ebenfalls mit den Neuen der Münzen. Es kann sein, dass hier nicht Arbeit reingesteckt wurde in eine Situation. Gerade auch, weil der Ritter der Kelche natürlich eine Energie ist, wo man normalerweise in die Aktion geht. Man ist auf der Reise, man erlebt die Liebe, man erlebt eine romantische Zeit. Aber ich habe auch da das Gefühl, dass sich irgendwas gefühlt nicht weiterentwickelt hat. Oder dass hier nicht genug Arbeit reingesteckt wurde, um hier die Neuen der Münzen zu erreichen, was in der Essenz eine Erfolgsenergie ist. Einen Erfolg, auf den man sich lange hingearbeitet hat und wo man wirklich auch am Ball war. Was hier ebenfalls sein kann, aber das nehme ich auch wieder wahr, die Neuen der Münzen können auch bedeuten, dass man mehr ausgegeben hat, als man, sage ich mal, reinbekommt. Und das könnte hier auf irgendeine Art und Weise auch eine Rolle gespielt haben für den einen oder anderen. Es gab hier vielleicht irgendwas, was sehr freudig war. Man hat aber mehr Geld ausgegeben, als man reinbekommen hat. Vielleicht aufgrund einer Realitätsferne hier. Vielleicht gab es auch zwischen dir und dieser Person finanzielle Abhängigkeiten. Und man hat ein bisschen mehr ausgegeben, aufgrund dessen, dass irgendwas nicht ganz geerdet war. Was aber erst mal hier wie eine gute Idee sich angefühlt hat. Lass uns da mal reinschauen. Wir gehen mal in die Lenis rein und dann gehen wir gleich mal in die Hauptenergie, was die zweite Reihe ist, fürs Hier und Jetzt. So, was wollen wir denn einmal schauen? Ich möchte hier tatsächlich eine Zusatzkarte für die Reihe generell. Eine Zusatzkarte bitte für die Reihe generell. Was ist hier in der Vergangenheit passiert bei den Steinböcken? Ja, und dann haben wir hier die Schlange. Komplikationen und Umwege tatsächlich. Irgendwas ist ein bisschen recht, auch eine tolle Wortwahl hier, ist ein bisschen kompliziert geworden. Es gab mit irgendwas Verzögerungen, Umwege. Also die Situation, auch wenn sich hier erstmal in der Vergangenheit so freudig liegt, hat dann gefühlt Umwege genommen, mit denen du nicht gerechnet hattest. Und die wahrscheinlich dir dann auch, und das ist spannend, dass wir das hier sehen, ein bisschen mehr Realitätsnähe gelehrt oder beigebracht haben. Denn das ist das, was wir hier sehen. Realität, Realität, gerade die Könige, oder besonders diese beiden Könige. Hier ist jemand wirklich verankert in der materiellen Welt oder in der physischen Realität. Jemand ist sehr pragmatisch hier, hat Erfahrungen. Das könnte zum einen sein, dass es die Energie von dir oder deiner Person ist, wo man jetzt einfach sagt, hey, ich bin gereift. Ich weiß jetzt ein bisschen mehr mit dem Geld umzugehen, wenn es hier um finanzielle Aspekte geht. Oder natürlich kann es auch immer da sein, dass man jetzt einen Berater hat, aber wir kommen da gleich nochmal auf diesen Berateraspekt. Aber hier haben wir jemanden, der ist gereift, der weiß, wie er mit Finanzen umgeht. Auch in Beziehungsangelegenheiten ist es jemand, der weiß, dass man treu und loyal sein muss, dass man am Ball bleiben muss, nicht gleich das Handtuch wirft, wenn irgendwie was nicht klappt oder funktioniert oder Stress ist. Also auch in Beziehungsangelegenheiten ist der König der Münzen jemand, der wirklich sagt, hey, ja, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich bin am Start. Ich möchte eine traditionelle Beziehung. Ich möchte jetzt nichts irgendwie haben, wo man irgendwie hin und her springt. Aber hier möchte jemand eine traditionelle Beziehung oder, wie gesagt, auch das Thema Familie zu Hause könnte hier ebenfalls dadurch auf den Tisch kommen, aktuell. Und ich habe das Gefühl, dass jemand sich hier gerade klar wird, was er oder sie möchte. Und das zum einen hier in dieser Reihe. Und dementsprechend haben wir diese Klarheit hier. Diese Klarheit und dieses Ja, das will ich, Nein, das will ich nicht mehr. Und von daher haben wir eine sehr reife Energie. Also was auch immer in der Vergangenheit passiert ist, du oder die andere Person. Sagen wir mal so, jemand ist hier extrem gereift. Jemand bekommt jetzt mehr Klarheit darüber, was er oder sie möchte und was nicht. Es wird klare Kommunikation gehalten darüber, wie es weitergeht. Und vor allem auch gefühlt darüber, was langfristig jetzt machbar ist. Es kann sein, dass der ein oder andere von euch sich hier Rat sucht. Gerade wenn es hier um eine Partnerschaft oder Beziehung geht, wo vielleicht finanzielle Aspekte oder ganz offizielle Behördensachen eine Rolle spielen, können die Könige grundsätzlich immer Ratgeber sein, die hier sagen, okay, welche Strategie fahren wir jetzt, um hier langfristig Stabilität und Sicherheit aufzubauen. Es scheint aktuell mit dem Magier, der umgedreht ist, noch eine Energie zu geben, wo sich entweder irgendwas gerade nicht wirklich manifestiert, wo es quasi einen Wunsch, eine Idee von dir gibt, wo du sagst, boah, es ist gerade irgendwie echt schwierig, dass sich das manifestiert. Vielleicht weißt du auch nicht so genau, was du tun kannst, damit sich jetzt dein Wunsch manifestiert. Wenn das der Fall ist, haben wir hier aber ebenfalls einen ganz starken Hinweis darauf, dass wir hier die Beraterenergie, sage ich mal, haben. Kann also auch ein Hinweis darauf sein, dass es jetzt für dich wichtig ist, dir vielleicht einen Rat zu holen von jemand, der erfahren ist. Vielleicht fehlt es aber auch gerade so ein bisschen an der Vision. Wir haben das hier. Ich habe das Gefühl, in der Vergangenheit gab es Ideen. Da gab es eine Vision. Da gab es gewisse Vorstellungen darüber, wie du geglaubt hast, dass etwas hier sich entwickelt. Aber aufgrund der fehlenden Erdung habe ich das Gefühl und gegebenenfalls mit diesem finanziellen Aspekt, der hier eine Rolle spielt, habe ich das Gefühl, hat sich das eben nicht weiterentwickelt. Und jetzt kann es sein mit dem Magier, dass es dir einfach an der Vision fehlt. Für manche von euch nehme ich wahr, auch das sehr, sehr spannend, dass es fehlt die Magie, es fehlt die Vision. Und deswegen kann es sein, dass du gerade sehr verstärkt im König der Schwerter und im König der Münzen bist. Sprich, gerade sehr pragmatisch bist. Da ist gerade nicht viel mit Romantik. Es kann sein in der Vergangenheit, dass eine andere Person hier noch eine Rolle gespielt hat. Eine Mutter, eine Schwester, eine Rivalin, eine andere Frau auf irgendeine Art und Weise mit der Schlange. Und dementsprechend kann es sein, dass du gerade sehr pragmatisch bist und sagst, hey, ich habe gelernt aus meinen Erfahrungen und ich weiß jetzt ganz genau, was ich will und was nicht. Mir fehlt zwar gerade so ein bisschen die Vision, mir fehlt auch ein bisschen die Magie in meinem Leben. Aber ich besinne mich jetzt erstmal hier auf die Dinge, die praktisch sind. Ich möchte einmal schauen, kriegen wir einmal eine Zusatzbotschaft hier? Für den König der Schwerter, bitte. Ah ja, guck mal, was kommt da raus? Die Kommunikation. Das sagte ich ja, wir haben ja eine doppelte Bedeutung dementsprechend hier. Kommunikation ist aktuell ganz wichtig. Klares Ja, klares Nein, Kommunikation über Herangehensweisen, Strategien. Was ist jetzt die bestmögliche Strategie? Für den einen oder anderen kann es sein, dass hier ein wichtiger Vertrag reinkommt. Auch das wäre möglich. Dieser Vertrag, zum einen kann das eine Kommunikation mit einer Person sein. Es könnte aber auch ein Vertrag für ein Haus sein mit dem König der Münzen, der eben Langzeitpläne hier begutachtet. Auch ein beruflicher Vertrag oder irgendwas, was zu tun hat mit den Finanzen auf gewisse Art und Weise. Darüber könnte A, geredet werden oder aber eben, dass es hier eben einen Vertrag gibt oder ein Abkommen gibt, bezogen auf diese Thematiken. Sprich, bezogen auf die Finanzen, den Beruf, langfristige Pläne, das Zuhause. Das haben wir hier. Was ich spannend finde, jetzt werde ich einmal hier zurückgezogen. Und zwar das, was einen verdeckten Einfluss spielt. Die Sechs der Kelche umgedreht. Es gibt irgendwas aus deiner Vergangenheit, was du aber noch nicht losgelassen hast. Die Sechs der Kelche sind Erinnerungen an die Vergangenheit. Wenn sie umgedreht sind, dann hängt man da in dieser Nostalgie. Oder es ist die Energie der Nostalgie. Aber gerade wenn sie umgedreht sind, steckt man da so ein bisschen drin fest und kommt nicht wirklich weiter. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwas aus deiner Vergangenheit, wonach du dich sehnst. Was zu tun hat mit, in Anführungsstrichen, den guten alten Zeiten. Oder zumindest auf gewisse Art und Weise schönen Momenten aus der Vergangenheit. Irgendwas, was dir gerade fehlt. Was hier aktuell gerade einen Einfluss noch spielt. Was spannend ist, weil wir den Magier hier haben, welcher ebenfalls sagt, es fehlt dir gerade die Magie. Wenn wir jetzt aber mal weiter schauen, wie entwickelt sich das Ganze. Es kommt das Erste, was ich hier sagen möchte, ist, dass wir den Bugel der Stäbe haben. Der Bugel der Stäbe kann eine aufregende Nachricht, ein aufregendes Angebot sein. Vielleicht hast du ein neues Hobby. Irgendwas, was dich brennend interessiert. Das heißt, die Energie wird wieder ein bisschen spritziger. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort zu sagen ist hier in Beziehungsangelegenheiten. Aber die Energie wird wieder ein bisschen leidenschaftlicher. Es wird wieder, ah, da ist Leben. Ah, cool, das interessiert mich. Das ist cool. Also das heißt, davon, sage ich mal, wenn wir uns das mal so anschauen, dass du gerade hier sehr in der materiellen Welt veranlagt und nicht veranlagt bist. Aber vielleicht gerade eher auf irdische Sachen bezogen bist, wie die Finanzen, das Beruf, die Familie, dein Zuhause oder einfach grundsätzlich diese Energie. Ja, aktuell ist vielleicht nicht so viel Romantik in deinem Leben. So haben wir aber zumindest dieses Energie, das Feuer, was wieder zurückkommt. Und das, habe ich das Gefühl, wird einen ganz großen Unterschied machen für dich. Der Bube der Stäbe, wie gesagt, kann eine Nachricht sein, kann ein neuer Anfang sein, ein Angebot sein, was auf dich zukommt, was dich brennend interessieren wird. Oder etwas, wo du sagst, boah, ich habe ein neues Interesse, da schaue ich jetzt tiefer rein. Wir haben die Kraft hier. Die Kraft sagt mir immer, dass grundsätzlich du hier durch einen großen Entwicklungsprozess gegangen bist. Wenn die Kraft kommt, dann kann es immer noch sein, dass man diese Energie benötigt. Dass das quasi ein Hinweis darauf ist, hey, es kann nochmal notwendig sein, vielleicht, dass du mutig bist oder dass du geduldig bist. All diese Dinge, wo man sagt, hey, in der Ruhe liegt die Kraft. Dementsprechend hier in der Zukunft kann es sein, dass du ein bisschen geduldig sein musst, ruhig sein musst, seine Triggerpunkte vielleicht, die du noch hast, sage ich mal, dass du daran arbeitest, weil es geht hier letzten Endes darum, um eine, wie sagt man, Charakterstärke. Und diese Charakterstärke bedeutet auch, dass wir unseren inneren Löwen, der manchmal einfach alles kurz und klein fetzen möchte, wenn er getriggert wird, dass wir den eben nicht rausholen, sondern mit Liebe kontrollieren und dementsprechend ruhig bleiben in Situationen, wo wir rot sehen. Also sprich, es kann sein, dass es hier eine Herausforderung geben wird, wo du die Kraft auf gewisse Art und Weise brauchst. Sprich, ruhig bleiben, geduldig sein, etc. Aber wir haben dann ebenfalls hier die Energie mit diesem Neuanfang, der hier ist. Was wir aber auch haben, ist der Wagen umgedreht. Und der Wagen umgedreht ist wieder so ein bisschen ähnlich, tatsächlich wie der Magie umgedreht, habe ich das Gefühl. Denn der Wagen umgedreht sagt mir, dass du, ich habe das Gefühl, dass du dich so ein bisschen aus der Kontrolle fühlst oder als ob du dein Leben nicht in der Hand hast oder die Situation, als ob, nicht zwingend, als ob dir die Hände gebunden sind. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwas gibt, wo du sagst, ja, ich kann das ja nicht ändern, ich kann da nichts dran machen. Also man fühlt sich so ein bisschen, als ob das Leben oder vielleicht auch die andere Person einen so ein bisschen mitzieht. Also normalerweise, um das mal zu verdeutlichen, ich habe das Gefühl, ich habe es noch nicht gut gesagt. Mit dem Wagen hast du die Zügel in der Hand und du hast zwei unterschiedliche Pferde, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Aber was wichtig ist, ist deine Willenskraft, deine Willensstärke, dass du dein Leben in die Hand nimmst und sagst, nein, in die Richtung gehen wir. Und dass du quasi diese unterschiedlichen Kräfte in deinem Leben, wie sagt man, kontrollierst und harmonisch zusammenbringst und dass du deinen Willen quasi über diese kraftvollen Pferde, die hier liegen, die in unterschiedliche Richtungen ziehen wollen, hinaussetzt. Dementsprechend, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Umgedreht könnte man also sagen, dass es dir vielleicht an Willenskraft mangelt, hier in eine gewisse Richtung zu gehen. Oder, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass diese Kräfte, die in deinem Leben wirken, dich in diese oder jene Richtung ziehen und dich das vielleicht ein bisschen überwältigt. Und du dementsprechend das Gefühl hast, ah, ich bin nicht so ganz selbstbestimmt hier, was die Situation angeht. Ich möchte da tatsächlich einmal schauen, worum geht es mit dem Wagen umgedreht. Ja, guck mal. Ja, hier kann etwas recht plötzlich kommen. Mit der Sense haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen, irgendwas kann harte Arbeit sein. Vielleicht merkst du hier, um, sag ich mal, die Erntezeit reinzuholen, ist irgendwas recht harte Arbeit. Es könnte sein, dass es hier darum geht, dass etwas gekürzt wird. Vielleicht wird in deinem Leben gerade etwas gekürzt oder es kommt eine Kürzung auf dich zu und du hast das Gefühl, oh, das liegt irgendwie hier nicht so ganz in meiner Hand. Die Sense kann auch in Beziehungsangelegenheiten für das Thema Trennung stehen oder Verletzungen stehen. Und dementsprechend könnte das Thema Trennungen oder Verletzungen oder ein Abbruch oder eine Kürzung auf gewisse Art und Weise hier Teil dessen sein, warum du dich so ein bisschen überwältigt fühlst vom Leben. Auf der gleichen Ebene haben wir aber hier dieses aufregende Angebot. Lass uns da nochmal reinschauen. Worum geht es denn mit dem Angebot oder mit dem Boom der Stäbe? Ja, Pala, was kommt hier raus? Ah, gucke mal, ja. Da kommt deine Karte tatsächlich. Also irgendwas ist hier sehr, hat, das hat sehr persönlich was mit deinen Hobbys, mit deinen Interessen zu tun. Ich habe das Gefühl, irgendwas wird dich hier sehr begeistern. Ich lese die Karten im Übrigen so, dass wir auch da sagen, okay, es ist so ein bisschen die Reihenfolge, die wir hier haben. Erst gibt es eine kleine Hürde, die du überwinden musst mit Geduld und Ruhe. Dann kommt ein Angebot hier auf dich zu in dieser Situation, was dich begeistert, was dich glücklich macht. Allerdings sehen wir dann auch hier diese, ja, entweder ist es die Willenskraft, die dir fehlt und mangelt, vielleicht etwas umzusetzen, was hier reinkommt. Oder, dass eben eine Situation passiert, die zu tun hat mit der Sense, Verletzungen, Kürzungen, Trennungen, wo du das Gefühl hast, ah, irgendwie sind mir so ein bisschen die Hände gebunden hier. Ich möchte jetzt tatsächlich einmal schauen, um mehr Informationen zu bekommen, insbesondere was wir hier haben, wie die Situation von der Gegenseite aussieht. Also sprich, was denkt deine Person über dich, was fühlt er oder sie, was sind die wahren Absichten, was sind die Blockaden im Energiefeld deiner Person und wie entwickelt sich das Ganze weiter, um einfach hier nochmal mehr in die Tiefe gehen zu können, insbesondere wie sich die Situation weiterentwickelt. Ebenfalls werde ich dir noch ein paar Orakelkarten ziehen, um weiterzuschauen, welche Einflüsse hier denn noch eine Rolle spielen. Am Ende möchte ich nochmal darauf verweisen, liebe dich als erstes, also es kann auch wirklich sein, dass es jetzt erstmal für dich darum geht, wirklich zu gucken, was brauchst du eigentlich. Denn aktuell sehe ich eher so dieses Verträumte in der Vergangenheit feststecken. Ich sehe dich sehr pragmatisch, aber ich nehme wahr, dass irgendwie dieses, das Gefühl, die Romantik oder die Magie dir aktuell fehlt. Und da geht es gerade darum, für dich herauszufinden, was du brauchst, damit sich das wieder ein bisschen mehr in deinem Leben manifestiert. In diesem Sinne darf ich dich jetzt einladen, mir zu folgen in die Erweiterung, welche du unter diesem Video findest. Und zwar der erste Link geht zu Vimeo, der zweite zu Patreon. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich starte jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen. Also bis gleich.